Captain Captain, es kam eine weitere Eiswarnung, Sir. Die MESABA meldet einen großen Eisberg 42 Grad Nord. Da draußen ist eine neue Welt, Mrs. Charles. Eisberg, direkt voraus! Danke. Ruder, Hartz-Steuerbord! Hartz-Steuerbord, Ei-Eich, Sir! Maschinen, volle Kraft zurück! Volle Kraft zurück, Sir! Oh, so ein Wreck ist, wenn man auf Beck ist, einfach nochmal so schön. Können wir doch mal sehen, wer feiner euch zu keck ist und gleich von Beck ist, wenn wir ans Tanzen gehen. Keine Zeichen in der Tür... Wollen Sie mir bitte? Was ist denn? Wer weiß was? Das Schiff hat angehalten. Was gibt der... Ich will sinken, Mr. Ismay. Unsinn! Nicht einmal Gottkönig... Später vielleicht, Sir. Ich muss mich um die anderen Herrschaften kümmern. Darf ich sagen, dass es eine große Freude war, Ihnen beiden all die Jahre auf all den Schiffen zu dienen? Hier spricht der Käpt'n! Ich gebe dieses Schiff verloren! Ab jetzt heißt es, rette sich, wer kann! Es gab nur 711 Überlebende. 1.517 Menschen haben gelebt. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Applaus